Ruben Buriani ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Karriere Buriani begann seine Karriere in der Jugendmannschaft von Spalver Ahrer. 1974 kam er zu A.C. Monza-Brianza, wo er drei Jahre unter Vertrag stand. Nach seiner Zeit in Monza wechselte er zum italienischen Großklopat C. Mailand. In der Zeit bei den Rossneri gewann er 1979 den italienischen Meistertitel. 1982 wechselte er zum A.C. C. Senna, wo er weitere drei Jahre seine Fußballschuhe schnürte. Von 1984 bis 1985 stand er beim Ass-Rom unter Vertrag und von 1985 bis 1986 ließ er seine Karriere beim SSC Neapel ausklingen. International spielte Buriani zweimal für die italienische Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er am 16. Februar 1980 gegen Rumänien in Neapel. Ein weiteres Spiel sollte folgen. Er nahm als Ersatzspieler an der Fußball-Europameisterschaft 1980 im Heimatland teil, kam aber zu keinem Einsatz. Erfolge Einmal italienischer Meister Einmal italienischer Meister Erfolge Erfolge aks